Der englische Prediger Charles Haddon Spurgeon berichtet davon, wie einst ein Betrunkener auf einen bekannten Prediger zukam und zu ihm sagte, ich bin einer ihrer Bekehrten. Woaufhin der Prediger antwortete, ich glaube wohl, dass sie das sind. Und dann ergänzte er, aber sie sind keiner von des Herrn Bekehrten, sonst würden sie nicht so betrunken hier rumlaufen. Nun, ich will gar nicht darauf eingehen, ob die Trunkenheit eines Menschen ein guter Indikator dafür ist, ob ein Mensch wirklich bekehrt ist. Aber ich denke, was diese Anekdote hilfreich vermittelt, ist, dass es eine Form von Bekehrung geben kann, die nicht vom Herrn ist. Tatsächlich glaube ich, dass das eines der ernstesten Missverständnisse in vielen Gemeinden ist. Die Frage, was genau ist eigentlich Bekehrung? Diese Frage ist keine Lappalie, denn es geht um das ewige Seelenheil von Menschen. Ich befürchte, dass viele Menschen meinen, bekehrt zu sein und vielleicht ist ihnen das auch zugesprochen worden, ohne dass sie tatsächlich wirklich bekehrt sind. Deshalb dieser Vortrag. Ich möchte auf Grundlage der Bibel eine Orientierungshilfe geben dazu, was Bekehrung wirklich ist. Ein klares Verständnis von Bekehrung kann uns selbst und andere davor schützen, uns unberechtigterweise sicher und gerettet zu wissen. Und andererseits kann es uns eine große Zuversicht geben, wahrhaft bekehrt zu sein, das ewige Leben zu haben und nicht nur in diesem Leben, sondern für alle Ewigkeit zu wissen, wir sind Kinder Gottes. Wir wollen dazu fünf Fragen nachgehen. Die erste Frage, der wir nachgehen wollen, ist die Frage, warum ist Bekehrung nötig? Dann wollen wir darüber nachdenken, was Bekehrung eigentlich genau ist. Die dritte Frage wird sein, wer Bekehrung bewirkt. Dann wollen wir darüber nachdenken, woran man Bekehrung, wahre Bekehrung erkennen kann. Und schließlich möchte ich uns ganz persönlich herausfordern, für uns zu klären, ob wir wirklich bekehrt sind, damit wir nicht einer ähnlichen Selbsttäuschung erliegen, wie der eingangs zitierte oder erwähnte Betrunkene aus der von Charles Haddon Spurgeon erzählten Anekdote. Die grundlegende Frage ist, ob Bekehrung überhaupt nötig ist. Heutzutage lehnen viele gottgläubige Menschen diesen Gedanken ab. Dabei gibt es zwei Argumente, die ich recht häufig höre. Die einen meinen, wir brauchen keine Bekehrung, weil Menschen von Natur aus gut sind. Die wirklich großen Probleme sind nicht in uns selbst zu finden, sondern es sind äußere Umstände. Diese gilt es irgendwie zu verändern. Oder man muss sich irgendwie darauf einstellen, lernen, damit gut umzugehen. Das heißt, die großen Probleme liegen nach dieser Sicht außerhalb von uns und die Lösung ist in uns zu finden. Das ist die erste fälschliche Annahme. Die zweite ist, dass immer wieder in Frage gestellt wird, ob es überhaupt einen richtenden Gott gibt. Bekehrung ist deshalb im wahrsten Sinne des Wortes aus Sicht von Leuten, die diese Position vertreten, nicht notwendig. Da wird gesagt, dass natürlich eine gewisse Bekehrung eine gute Sache ist, eine Neuausrichtung des Lebens. Das ist gut und mag auch helfen, ein erfüllteres, ein besseres Leben zu haben. Aber dann geht es bei Bekehrung nur darum, die Lebensqualität irgendwie zu steigern. Es geht nicht darum, tatsächlich vor Gott bestehen zu können, sich bekehren zu müssen, um vor Gott bestehen zu können, weil nach Sicht dieser Menschen Menschen grundsätzlich bei Gott Annahme finden. Gott ist allen Menschen gnädig, so denken sie. Das Problem mit beiden Positionen, mit der Annahme, dass Menschen von Natur aus gut sind und mit der Vorstellung, dass Gott kein richtender Gott ist. Beide Probleme haben das gleiche Problem. Sie widersprechen schlicht und ergreifend der Bibel. Die Bibel lehrt, dass kein Mensch von sich aus gut ist. Wie Jesus später einem reichen Jüngling erklärte, niemand ist gut als Gott allein. Dabei ist die Sünde nicht das Resultat äußerer Umstände, sondern sie kommt aus dem Innersten des Menschen. Im Markus Evangelium in Kapitel 7 beginnt im Vers 20, lesen wir dazu folgende Worte des Herrn Jesus. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen Unrein. Deshalb, aufgrund unseres Herzensproblems, leben und lieben wir Menschen nicht so, wie wir es sollten. Kein Mensch ist dem heiligen Gott immer vollkommen gehorsam. Kein Mensch hält alle seine Gebote. Kein Mensch liebt Gott oder seine Mitmenschen so, wie Jesus es im höchsten Gebot fordert, wo er sagt, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies. Du sollst seinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich denke, ein ehrlicher Blick in unsere eigenen Herzen offenbart schnell, dass wir diese vollkommene Liebe nicht haben. Und Gott wird über all das nicht einfach hinwegziehen. Eines Tages wird ein jeder Mensch vor Gott Rechenschaft ablegen müssen, sich verantworten müssen. Bei Gott gibt es ein Gericht und in diesem Gericht können nur Menschen bestehen, die wahrhaft bekehrt sind. Jesus lehrt das selbst. Im Rückgriff auf die Zeit Jonas sagt er in Lukas 11, Vers 32, die Leute von Nineveh werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jonah. Und siehe, hier ist mehr als Jonah. Einige Zeit später erklärte Jesus vor dem Hintergrund einer brutalen Ermordung von einigen Galiläern. Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Ganz klar, alle Menschen haben den Tod verdient. Und alle werden eines Tages im jüngsten Gericht verurteilt werden. Es sei denn, es sei denn, sie tun Buße. In anderen Worten, eine Bekehrung ist im wahrsten Sinne des Wortes notwendig. Deshalb brauchen wir eine Bekehrung. Aber was genau ist das? Das ist die zweite Frage, über die wir nachdenken wollen. Auch an diesem Punkt gibt es häufig Missverständnisse. Wir müssen verstehen, dass Bekehrung mehr ist als ein verstandsmäßiges Bejahen bestimmter Wahrheiten. Es ist mehr als eine emotionale Regung. Mehr als ein Gebet. Es ist mehr als gute Vorsätze. Bekehrung ist mehr als die Taufe oder der Eintritt in eine Gemeinde oder der regelmäßige Besuch von Gottesdiensten. Nun, all diese Dinge können Teil oder auch Konsequenz einer Bekehrung sein. Aber die Bekehrung ist viel mehr. Als Jesus anfing, die Menschen zur Bekehrung aufzurufen, war seine Botschaft, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Buße und Glauben. Das sind nicht zwei voneinander losgelöste Aspekte. Sie gehören ganz eng zusammen. Was Luther hier als Buße übersetzt, ist das griechische Wortmeter Neuer. Damit ist eine Neuausrichtung unseres Herzens, unseres Denkens und letztendlich unseres ganzen Lebens gemeint. Manchmal wird dabei von Umkehr gesprochen. Das Leben bekommt eine neue Richtung. Und diese neue Richtung zeichnet sich durch den Glauben oder in anderen Worten das Vertrauen auf den Retter und Herrn Jesus Christus aus. Erst wenn Menschen Buße tun und glauben, werden sie anfangen, Jesus Christus nachzuführen. Das heißt, wer Buße tut und glaubt, der vertraut, dass Jesus für uns das Leben gelebt hat, dass wir hätten leben sollen. Und dass er dann für uns den Tod gestorben ist, den wir verdient gehabt hätten. Und dass er dann den Tod überwunden hat. Dass er der auferstandene Herr ist. Ja, Menschen, die glauben, vertrauen genau darauf. Und sie vertrauen darauf, dass sie allein aufgrund dieses wunderbaren Erlösungswerkes des Retters und Herrn Jesus Christus Vergebung bei Gott haben und liebende Annahme bei ihm finden. Also wenn man so will, ist Bekehrung das Zusammenspiel von Buße und Glauben. Buße als die Umkehrbewegung und Glaube als die neue Ausrichtung des Lebens. Wenn wir so wollen, ist Glaube der neue Nordpol, auf den sich die Kompassnadel des Lebens in der Bekehrung nun eingestellt hat. Dabei ist diese Buße sowohl etwas Einmaliges, die einmalige vollkommene Umkehr, aber sie ist auch etwas, das auch Christen immer wieder brauchen. Nicht auch wir weichen immer wieder ab. Unsere Kompassnadel schwingt immer mal wieder weg vom Nordpol. Und deswegen brauchen wir immer wieder diese Kurskorrektur, weil alles andere Zielverfehlung ist. Also Buße ist sowohl etwas Einmaliges, Grundsätzliches und dann eine beständig wiederkehrende Realität im Leben von Christen. Die ursprüngliche, die grundlegende Buße, die zum Glauben führt, ist dabei etwas so Radikales, dass die Bibel dabei vom Anfang eines ganz neuen Lebens spricht. Es ist eine neue Geburt, eine Wiedergeburt. Das ist das, was Jesus erklärt, als Nikodemus einzu ihm kommt in Johannes 3 und sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Der Apostel Paulus beschreibt diese Bekehrung, diese grundsätzliche Buße, als den Übertritt von einem Zustand des Todes hin zu einem des Lebens. Wenn er in Epheser 2, ab Vers 4 schreibt, aber Gott, der Reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Und die Bibel gebraucht noch andere Sprachbilder. Sie gebraucht das Bild davon, dass wir von Natur aus blind sind und in der Bekehrung Menschen anfangen zu sehen. Wir sind taub und dann wirkt Gott und wir fangen an zu hören. Wir haben steinerne Herzen und Gott verändert uns und gibt uns fleischende Herzens. Die Bekehrung ist also eine komplette Neuausrichtung des Lebens. Sie führt dazu, dass wir ein neues Leben, ein komplett verändertes Leben führen, sodass man feststellen kann, hier ist jemand eine neue Kreatur geworden, wie Paulus es im zweiten Korinther 5 bezeichnet. Doch wie geschieht das? In anderen Worten, wer ist verantwortlich für die Bekehrung eines Menschen? Das ist die dritte Frage, die wir beantworten müssen. In der eingangs zitierten Begebenheit wurde betont, dass der Betrunkene allen Anschein nach kein Bekehrter des Herrn war, sondern nur der eines Predigers. Dabei wurde schon klar, dass Bekehrung, wahre Bekehrung immer vor allem ein Werk Gottes sein muss. Das lehrt die Bibel tatsächlich immer wieder. Wir haben gerade schon die Worte aus Epheser 2 betrachtet, wo Paulus deutlich macht, dass Gott Wiedergeburt schenkt, dass er Bekehrung schenkt. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und dann heißt es weiter ab Vers 8, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühmen. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus. Bekehrung ist das Gnadenwerk Gottes. Deshalb lobt Petrus Gott für sein barmherziges Eingreifen in seinem Leben und im Leben der Gläubigen, den er im ersten Petrusbrief schreibt, wenn er sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Herr Petrus betont dann am Ende des gleichen Kapitels, dass Gott dazu sein verkündigtes Wort gebraucht. So heißt es im Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Das heißt, der Mensch kann sich nicht von sich aus bekehren. Er ist geistlich tot. Er ist blind für geistliche Wahrheiten. Er kann sie nicht erkennen, wie wir im ersten Korinther 2 Vers 14 lesen. Gott muss eingreifen, so wie er es dann auch immer wieder tut. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 16, wahrscheinlich von der ersten Bekehrung in Europa, die purpure Händlerin Lydia kommt zum Glauben. Und ihre Bekehrung wird uns beschrieben mit den Worten, da tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Gott handelt. Bekehrung ist immer zuerst Gottes Werk. Deswegen preisen die Christen in Jerusalem Gott dafür, als Petrus ihnen zum Beispiel von der Bekehrung des Cornelius berichtet. Sie loben nicht Cornelius, dass er das gut gemacht hat, sondern wir lesen dort, als sie das hörten, schwiegen sie es still und lobten Gott und sprachen, so hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Also Gott bekehrt Menschen. Und gleichzeitig lehrt die Bibel, dass Menschen sich bekehren müssen. Das ist etwas, wozu Menschen aufgerufen werden. Jesus beginnt sein öffentliches Wirken mit dem Aufruf, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Petrus appelliert später ebenfalls an die Verantwortung der Menschen. In seiner Pfingstpredigt und dann vor allem auch seiner Predigt im Tempel in der Postgeschichte 3 ruft er Juden auf, so tut nun Buße und bekehrt euch. Paulus betont das Miteinander von Gottes Wirken und gleichzeitig der menschlichen Verantwortung, wenn ein Römer 10 einerseits Gott darum bittet, Menschen zu retten. Ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Römer 10, Vers 1. Und dann in Vers 9 verdeutlicht, dass Menschen aber selbst handeln müssen, sich selbst bekehren müssen. Er sagt, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und später schreibt er bei den Thessalonicher, erinnert sie daran, wie sie sich bekehrt haben zu Gott. Also ganz klar, Bekehrung ist einerseits Gottes Gnadenwerk und andererseits ist Bekehrung ein aktives Handeln des Menschen, der dazu aufgerufen ist. Sich umzuwenden, umzukehren, hinzuwenden zu Gott und auf ihn zu vertrauen. Und schließlich sehen wir, dass Bekehrung auch immer das Werk ist von Menschen, die andere Menschen bekehren. Der Apostel Paulus betont, dass der Glaube aus der Predigt kommt. Und dann fährt er fort und betont, aber wie soll jetzt Bekehrung geschehen, wenn es denn keine Prediger gibt, die das Wort Gottes verkünden? Das gleiche sehen wir in der Apostelgeschichte. Immer wieder wird dort berichtet, wie Menschen hingesandt werden, um andere Menschen zu bekehren. Jakobus beendet seinen Brief mit dem Verweis auf das Bekehren eines anderen Menschen, wenn er schreibt, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Urweg, der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Also wir sehen, Bekehrung ist ursächlich das Gnadenwerk Gottes. Es ist konkret die Verantwortung eines jeden Menschen. Und es ist etwas, dass Gott durch andere Menschen wirkt, die Mitmenschen bekehren. All das spielt zusammen in der Bekehrung. Und das führt uns zur vierten Frage. Woran erkennen wir, ob ein Mensch wirklich ein Bekehrter des Herrn ist? Die Bibel warnt mehrfach davor, nicht vorschnell zu meinen, bekehrt zu sein. Wir haben gerade darüber nachgedacht, dass Bekehrung viel mehr ist als ein Übergabegebet. Wir haben bedacht, dass Bekehrung wirklich das souveräne und gnädige Wirken Gottes ist, durch das er Menschen von einem Zustand des geistlichen Todes zum Leben bringt. Der Mensch handelt hier also nicht zuerst selbst, Gott handelt. Aber das Handeln des Menschen in seiner eigenen Umwendung, Hinwendung zu Gott, in seinem aktiven Glauben, ist dann etwas, das sichtbar wird, das erkannt wird. Die Bekehrung des Menschen ist etwas, das man bezeugen kann. Es ist wie die Geburt, die von außen geschieht, aber das Baby atmet und schreit. Und als unsere zweite Tochter geboren wurde, da hatte sie die Nabelstuhl mehrfach um den Hals gewickelt. Sie kam blau zur Welt und wir hörten keinen Schrei. Sie wurde geboren, aber wir wussten nicht, ob sie lebt. Die Hebamme und der schnell dazukommende Arzt taten ein wunderbares Werk und es dauerte nicht lange und wir hörten den Schrei unseres Babys. Nie war Babygeschrei so schön. Und wir erkannten, jetzt, ja, das Kind lebt. Und so ist das bei der Bekehrung. Die Geburt bewirkst du nicht selbst. Das ist Gottes Gnadenwerk. Und zugleich wirst du selber aktiv. Und ob du dich bekehrt hast, wird erkennbar daran, was dann geschieht. Hast du diese Bekehrung erlebt, dann wird das offenbar werden in deinem Leben. Und klar muss uns sein, dass eine Bekehrung, die letztendlich nur dazu führt, dass wir den Glauben mal bekennen, nicht zwingend eine richtige Bekehrung ist. Ich will nicht über den Trunkenen aus der Eingangsanecdote urteilen. Natürlich kann auch ein Christ mal betrunken sein, wenngleich das Sünde ist, aber trotzdem gerettet sein. Aber wir haben da gesehen, es gibt Hinweise, es gibt Indizien, wo wir sagen, wir sehen im Leben Dinge, die die Bekehrung glaubwürdig machen oder Zweifel aufwerfen. Und tatsächlich macht Jesus deutlich, es gibt Menschen, die sich darüber täuschen werden, ob sie wirklich bekehrt sind. In Matthäus 7 berichtet er davon, dass Menschen sich mit ihren Lippen zu Jesus als ihrem Herrn bekennen und in seinem Namen mächtige Taten vollbringen und trotzdem verloren gehen. So heißt es Matthäus 7, Abvers 22. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geiste ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen. Ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Schon kurz vorher, im gleichen Kapitel, hatte Jesus diese Menschen, diese falschen Bekenner, diese nicht wirklich Bekehrten als Wölfe in Schafskleidern bezeichnet. Die sind also gut versteckt. Man erkennt sie nicht sofort. Und gleichzeitig hat Jesus deutlich gemacht, man kann sie erkennen. So sagt er, man wird sie an ihren Früchten erkennen. Die wahrhaft Bekehrten werden den Willen seines Vaters im Himmel tun, wie er dann vorfühlt. Und das ist tatsächlich etwas, das uns die Bibel immer wieder lehrt. Ob jemand wirklich bekehrt ist, kann man erkennen. Nicht unfehlbar, aber doch wirklich. Ein ganzes Buch der Bibel ist uns vor allem zu diesem Zweck gegeben. Der erste Johannesbrief ist von Johannes geschrieben worden, wie er in Kapitel 5, Vers 13 erklärt, damit wir wissen können, dass wir das ewige Leben haben. Erster Johannes 5, Vers 13. Das habe ich euch geschrieben, schreibt Johannes am Ende seines Briefs, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Nun, woran sollen wir das erkennen? Was hat er da genau geschrieben? Nun, am Anfang beschreibt er das, dass alle Menschen, auch alle Christen, immer noch sündigen. Wer behauptet, er sei ohne Sünde, der lügt. So macht er ganz deutlich, gleich in Kapitel 1. Aber dann nennt er drei hilfreiche Indizien mehrfach, an denen man erkennen kann, ob wir wirklich das ewige Leben haben. Oder in anderen Worten, ob jemand wirklich bekehrt ist. Drei Indizien. Das erste Kriterium, das er nennt, strebt ein Mensch danach, immer mehr im Gehorsam gegenüber Gottes Wort zu wachsen. Sehen wir ein Streben nach Gehorsam. Kein vollkommenen Gehorsam, das haben wir gerade schon bedacht. Aber ein Streben danach, im Gehorsam zu leben. Sehen wir eine wachsende Liebe zu Gott und zu den Menschen. Wächst da etwas? Die Bibel sagt, dass Gott durch seinen Geist in die Herzen der Christen seinen Geist gegeben hat, sodass wir befähigt werden zu lieben. Lieben wir so, dass Menschen es wahrnehmen können. Wachsen wir in der Liebe zu Gott und zu den Menschen. Und das dritte Kriterium, zeichnen sich Menschen aus durch ein grundsätzliches Vertrauen in die biblischen Wahrheiten. Vertrauen wir in die biblischen Wahrheiten? Oder sind wir Kritiker, Spötter? Das sind drei hilfreiche Indizien. Wachsender Gehorsam, wachsende Liebe, wachsendes Vertrauen in die biblischen Wahrheiten. Obwohl gemerkt, diese Dinge retten nicht. Nein, sie sind Indizien, dass wir gerettet sind, dass jemand gerettet ist. Sie sind wie der Schrei des Babys, durch den deutlich wird, dieses Baby lebt. Andere Christen und vor allem christliche Gemeinden haben eine Rolle darin zu spielen, zu erkennen, ob jemand wirklich bekehrt ist. Zum einen sollen wir Gottes Werkzeuge sein, durch die er Menschen bekehrt. Das heißt, die Christen sind alle dazu aufgerufen, als Botschafter in Christi statt, das Evangelium zu verkündigen, sodass Gott durch unser Zeugnis Menschen dazu bringt, sich ihm zuzuwenden. Gott bekehrt Menschen mittels Menschen, sodass die, die es hören, dann das tun, was Gott in ihnen bewirkt. Bekehrung. Zum anderen ist es unsere Aufgabe, für andere zu beten, Gott zu bitten, dass er ihnen das Herz auftut, sodass sie Acht haben auf das, was Gott ihnen zu sagen hat. Das heißt, eine wichtige Verantwortung aller Christen ist es, bei der Bekehrung mitzuwirken, indem wir Gottes Wort bezeugen, das allein selig macht, und zu beten zu dem Gott, der allein retten kann. Und dann haben wir aber auch den Auftrag, Menschen zuzusprechen, dass sie wahrhaft Bekehrung erlebt haben. Tatsächlich sehen wir im Matthäus-Evangelium die ersten beiden Male, die Jesus überhaupt von Gemeinde spricht, von Ekklesia, Kirche, in Matthäus 16 und Matthäus 18, dass er jeweils davon spricht, dass es eine Schlüsselgewalt gibt. Und Matthäus 18 macht deutlich, diese Schlüsselgewalt ist allen gegeben, die Christus bekennen, die ihn als den Christus bekennen. Nun, es ist klar, das menschliche Zeugnis, das menschliche Urteil ist nicht unfehlbar. In letzter Instanz ist Gott unser Richter. Das ist gut so. Und doch möchte Gott seine Jünger gebrauchen, um zu beurteilen, ob Menschen wahrhaft Bekehrung erlebt haben. Nach meiner Überzeugung geschieht das in der Taufe. Jesus sendet seine Jünger aus und gibt ihnen den Missionsbefehle. Matthäus 28 sagt, geht und machet zu Jüngern alle Völker. Und dann der Auftrag, taufe sie, bestätigt, dass sie Jünger geworden sind, taufe sie. Und lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und das ist genau das, was wir tun sollten. Das heißt, wenn Menschen ihren Glauben bezeugen, sollen wir mit ihnen ins Gespräch kommen. Wir sollen feststellen, sind sie wirklich zu Jüngern geworden. Und dann sollen wir ihren Glauben bestätigen, indem wir sie taufen. Der Taufauftrag, er geht an die Jünger, andere zu taufen. Das ist genauso ein Taufauftrag, ein Taufbefehl, auch für die, die zum Glauben kommen. Das sehen wir an Postgeschichte 2, dass Petrus den Menschen, die nun zum Glauben kommen, sagt, tut Buße, wendet euch um, wendet euch Jesus zu und lasst euch taufen. Bekennt euren Glauben in der Taufe. Und wir haben das Privileg, in unserer Gemeinde am Sonntag fünf Menschen taufen zu dürfen. Dafür hat mir aber nicht gereicht, dass sie gesagt haben, ich will getauft werden. Nein, mit jedem Einzelnen haben wir ein Taufgespräch geführt. Ein ausführliches Gespräch. Ja, jeden Einzelnen kennen wir schon eine Weile. Und können so bezeugen, hier ist wahrhaft Bekehrung geschehen. Hier ist nicht nur emotional etwas oder ein Verlangen, das wäre jetzt auch mal ganz gut. Denn hier ist ein wirkliches Verstehen des Evangeliums und wir erkennen erste Frucht. Und so taufen wir diese Menschen und nehmen sie dann in die Gemeinde auf. Das gehört zwingend dazu. Sie werden Teil des Leibes, Christi, der Gemeinde, sodass wir das tun können, was zum Missionsauftrag gehört. Gehört, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und dann lehret sie, halten alles, was ich euch geboten habe. Nun, ich verstehe, dass vielleicht nicht alle meine Taufüberzeugung teilen. Darum soll es mir hier auch gar nicht gehen. Aber auch wenn du überzeugt bist von der Babytaufe, dann kennst du doch die Konfirmation. Und die ist genau das Gleiche in deinem Verständnis wie für mich die Taufe. Die Konfirmation ist ein Schritt, wo jemand zum einen selber seinen Glauben bekennt und wo gleichzeitig die Gemeinde ihn bestätigt, konfirmt. Es ist eine Handlung sowohl des Menschen, der glaubt, wie auch eine Handlung der Gemeinde, die sagt, dein Glaube ist glaubwürdig. Und so können wir einander dabei helfen, zu erkennen, ob jemand wirklich bekehrt ist, ob Bekehrung geschehen ist. Wenn wir dann feststellen, dass ein angeblicher Jünger im fortgesetzten Ungehorsam gegenüber Gottes Wort lebt, auch dann haben wir als Christen eine Verantwortung. Wir sollten diesen Menschen in Liebe, aber auch in aller Klarheit ermahnen und zur Buße rufen. Und wenn das keinen Erfolg hat, wenn jemand im fortgesetzten Ungehorsam lebt, dann ist es die Verantwortung der Gemeinde, einem solchen Menschen zu sagen, wir haben keine Überzeugung, dass du wahrhaft bekehrt bist. Deswegen gebietet Jesus uns als letztes geistliches Mittel der Ermahnung, diejenigen, die kein Zeugnis davon geben, wirklich bekehrt zu sein, egal was sie sagen, durch ihr Leben Zweifel aufkommen lassen, ob sie wirklich bekehrt sind, solche Menschen in letzter Instanz aus der Gemeinde auszuschließen. Wir lesen davon in Matthäus 18 und im 1. Korinther 5. Das ist ein schwerer Schritt, aber es ist ein von Gott verordnetes geistliches Mittel, sodass wir Menschen, die fälschlicherweise behaupten und glauben, bekehrt zu sein, mit der Realität konfrontieren, dass nach allem, was wir wahrnehmen können, keine wirkliche Bekehrung stattgefunden hat, sie keine Bekehrten des Herrn sind. In der Hoffnung und der Erwartung und begleitet mit dem Gebet, dass gerade dieser Schritt sie wachrütteln möge und sie sich wahrhaft bekehren oder zurückkehren zu ihrem tatsächlichen Bekenntnis. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Nachdem wir darüber nachgedacht haben, welche Rolle Christen spielen sollten im Leben anderer Christen, um zu erkennen, ob sie wirklich bekehrt sind, ihnen das zuzusprechen, sollten wir uns ganz persönlich die Frage stellen, sind wir bekehrt? Bist du bekehrt? Die Frage ist so wichtig, dass ich hoffe, dass du, auch wenn du meinst, ich bin schon 30 Jahre Christ, bereit bist, dich da nochmal zu hinterfragen. Tatsächlich ist das etwas, was die Bibel von uns fordert. Und Gottes Wort ruft uns zur Selbstprüfung aus. Nach 2. Korinther 13, Vers 5, erforscht euch selbst. Ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst. Und dabei sollte inzwischen klar sein, dass es dabei nicht darum gehen kann, zu fragen, habe ich mich irgendwie ganz allgemein mal zu Jesus bekannt, vielleicht ein Übergabegebet mal gesprochen, bin ich getauft worden, lebe ich entsprechend gewisser moralischer Grundsatz? Oder übe ich bestimmte fromme religiöse Pflichtübungen aus, gehe ich regelmäßig in den Gottesdienst? Nein, die grundsätzliche Frage, die wir uns stellen sollten, ist, ob wir auf Jesus Christus als unseren Retter und Herrn vertrauen. Erkennen wir an, dass wir niemals gut genug sein werden, um aus eigener Kraft vor Gott zu bestehen? Glauben wir, dass Gott in Jesus Christus genau deshalb zu uns gekommen ist, damit wir durch sein vollkommen gerechtes Leben und durch seinen stellvertretenden Sühnetod mit Gott versöhnt sein können? Schließlich glauben wir daran, dass Jesus am dritten Tage von den Toten auferstanden ist, dass er der lebendige Herr ist, der uns durch sein Wort, durch die Bibel und durch den Heiligen Geist, den er allen gegeben hat, die an ihn glauben, uns den Weg weist, uns führt hin zu einem Leben, das Gott gefällt und das zugleich für uns wirklich gut ist, wahrhaft gut und gesegnet. Ob jemand bekehrt ist, zeigt sich daran, dass er wirklich glaubt. Denn zu sagen, dass man auf Jesus vertraut und dann aber nicht das zu tun, was er sagt, verdeutlicht, dass Jesus zum einen nicht wirklich unser Herr ist. Er wird bestenfalls als Berater anerkannt, dessen Rat man durchaus mal folgen kann, vielleicht sogar oft folgt. Aber in letzter Instanz behält sich ein solcher Mensch immer noch das Recht vor, selbst zu entscheiden, wo man Jesus folgt und wo nicht. Und das zeigt, Jesus ist nicht der Herr, wir sind es selbst. Und zum anderen verdeutlicht ein solcher bedingter Gehorsam eben auch, dass dieser Mensch letztendlich nicht wirklich auf Jesus Christus vertraut. Sonst würden wir tun, was er sagt. Natürlich, kein Mensch tut immer das, was Jesus sagt. Das hat verschiedene Gründe. Wir sind vergesslich, wir verlieren Jesus immer mal wieder aus dem Blick. Dann vertrauen wir nicht auf ihn, sondern auf das, was uns gerade gut und richtig erscheint. Wir haben immer noch eine Sündennatur, die gegen den Geist Gottes in uns ankämpft. So bleiben wir versuchbar und werden immer mal wieder den Versuchungen des Fleisches und der Welt und des Teufels nachgeben. Und Gott hat sein Werk in uns noch nicht vollendet. Der Prozess der Umgestaltung hinein in das Ebenbild Christi ist noch nicht vollendet. Gott hat sein gutes Werk in uns begonnen, aber er wird es erst vollenden am Tag Christi Jesu. Deswegen brauchen alle Menschen bis dahin immer wieder Kurskorrekturen. Und die gehen einher mit einer Beständigung, Erneuerung unserer Sinne und unseres Herzens. Ob wir wirklich Christen sind, ob wir wirklich Bekehrte des Herrn sind, zeigt sich aber genau daran. An diesen beständigen Kurskorrekturen. Jeder wahrhaft Bekehrte hat den Geist Gottes. Und früher oder später wird Gottes Geist die Kinder Gottes von ihren Sünden überführen und sie zur Buße bringen. Deshalb werden sich Christen nicht dauerhaft mit Sünden in ihrem Leben arrangieren. Sie werden die Sünde hassen und gegen sie ankämpfen. Sie werden erleben, wie sie durch Gottes Geist mehr und mehr verändert werden, umgestaltet werden, Stück für Stück, hinein in das Ebenbild des Herrn Jesus Christus. Kannst du das von dir sagen? Nun, der Sklavenhändler John Newton hat einmal in wunderbarer Weise über sich selber gesagt, was er feststellen durfte, was der Herr an ihm getan hat. Er sagte, ich bin nicht der, der ich sein sollte. Auf guter Deutsch, ich bin noch nicht fertig. Die Umgestaltung ist noch nicht vollkommen. Ich bin noch nicht der, der ich sein möchte. Das heißt, er hat ein Verlangen, weiter zu wachsen im Glauben. Ich bin noch nicht der, der ich zu sein hoffe. Doch, ich bin nicht mehr der, der ich einmal war. Durch die Gnade Gottes bin ich der, der ich bin. Und diese Gnade Gottes, über die hat John Newton sein wunderbares Lied geschrieben, Amazing Grace. Die Gnade Gottes, die uns zur Bekehrung führt. Und diese Bekehrung zeigt sich im Leben in einem Prozess der weiteren Veränderung. Bekehrung führt hin zur Heiligung. Nur manche Christen werden nun anfangen zu zweifeln. Sie werden sagen, ja, bin ich dann wirklich bekehrt? Der Prozess der Heiligung ist bei mir nicht sehr weit fortgeschritten. Ich sehe noch so viel Sünde. Ja, jedes Mal, wenn sie sündigen, spüren sie die Anklagen des Teufels. Und sie verlieren ihren gnädigen Rettergott aus dem Blick, der sie durch seinen Geist tatsächlich Stück für Stück weiter verändert. Ihr Lieben, deswegen sollten wir einander dabei helfen, Klarheit darüber zu gewinnen, ob wir wahrhaft bekehrt sind. Als Christen sind wir dazu aufgerufen, uns regelmäßig mit anderen Christen in lokalen Gemeinden zu versammeln. Dort sollten wir aufeinander Acht haben, einander ermutigen. Und wenn nötig auch ermahnen. Während manche leichtfertige Menschen dann Ermahnung brauchen, die Warnung brauchen, vielleicht den Ruf brauchen, sich überhaupt erst wirklich zu bekehren, werden andere unseren Zuspruch brauchen. Denn manchmal sehen andere die Frucht des Geistes, das Wirken Gottes im Leben eines Menschen besser als dieser selbst. Deswegen rettet der Herr seine Kärten hinein in Gemeinden, in lokale Gemeinden, die seinen Leib hier auf Erden repräsentieren und dessen Haupt er selber ist. Und so sollten wir einander ermutigen und dem Glauben anspuren. Und wenn nötig, einander ermahnen und warnen. Und vor allem sollten wir einander immer wieder an das Evangelium erinnern. Denn dies allein ist die Kraft Gottes, durch die Menschen bekehrt und gerettet werden. Und so ist meine Hoffnung, dass du nun sagen kannst, ich weiß, was Bekehrung ist. Und ich kann bezeugen, der Herr hat es in meinem Leben getan. Und ich möchte mich ihm zur Verfügung stellen, damit er mich gebraucht, um auch andere Menschen zu bekehren. Und wenn du noch unsicher bist, dann möchte ich schließen mit einem Zitat von Johanna von Orion, die auf die Frage, ob sie bekehrt sei, geantwortet haben soll. Wenn nicht, dann möge es Gott gefallen, mich in den Stand der Gnade zu versetzen. Und wenn ja, dann möge es Gott gefallen, mich darin zu erhalten. Und so dürfen wir gewiss sein, dass wir wahrhaft Bekehrte des Jahns sind. Amen.